Hallo meine lieben Freunde des geflechten Kabelsalats und herzlich willkommen zum neunten Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESP um? Nachdem wir uns in Teil 6 und 7 schon die Binary und Analog GPIO Sensoren angeschaut haben, möchte ich mir heute mit euch einmal Template Binary Sensoren ansehen. Aber was sind jetzt Template Binary Sensoren? Wie der Name schon vermuten lässt, sind es wieder Binary Sensoren, die nur an oder aus kennen. Aber in dem Fall geht es jetzt nicht um Bewegungsmelder oder ähnliche Sensoren, die uns schon direkt ein An- oder Aussignal liefern, sondern Template heißt, wir können jetzt eigene Logiken erstellen, die aber als Rückgabewert eben nur an oder aus haben dürfen. Zum Beispiel, wir haben einen Helligkeitssensor, den haben wir ja jetzt in Teil 7 schon mal kennen gelernt und der liefert uns beispielsweise eine Spannung zwischen 0 und 3,3 Volt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit einem Template Binary Sensor einen Binärsensor basierend auf diesem Analog Sensor zum Beispiel herzustellen. Das heißt, wir könnten in diesem Template Binary Sensor zum Beispiel sagen, wenn der Helligkeitswert über 2 Volt ist, dann soll der Sensor True zurückliefern und ansonsten False. Das heißt also, wir hätten die Möglichkeit, somit aus unserem Analog Sensor Signal ein Binärsensor Signal zu machen. Wir haben hier natürlich endlose Möglichkeiten, was wir an der Stelle in unserem Template des Template Binary Sensors abfragen. Bevor wir aber mit dem Video starten, noch eine kleine Bitte und zwar, wenn euch meine Videos gefallen, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen hoch oder wenn ihr mich noch aktiver unterstützen möchtet, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr jede Menge Links, mit denen ihr mich aktiv supporten könnt. Ansonsten, wenn ihr regelmäßigen Support leisten möchtet, dann habt ihr auch dazu natürlich die Möglichkeit und zwar mit der YouTube-Mitgliedschaft. Die findet ihr direkt hier unten neben dem Abonnieren-Button. Da erkläre ich auch nochmal alles in einem gesonderten Video dazu. Vielen, vielen Dank für jede Art von eurem Support. Sei es ein Abo, sei es ein Like, sei es ein Kommentar oder natürlich auch für die Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank und wir legen jetzt direkt los mit dem Video. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du 10 zweilagige Platinen für nur 5 Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen Angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht's jetzt weiter mit dem Video. Wir befinden uns nun in meinem Home Assistant und legen auch direkt los. Erinnern wir uns an Teil 7, da haben wir hier im ESP Home einen analogen Sensor erstellt. Wenn wir uns den noch einmal kurz anschauen, dann sehen wir hier, war er vom Typ Plattform ADC am Pin A0 und diesen hatten wir so konfiguriert, dass er uns einen Wert zwischen 0 und 100 liefert und zwar in der Einheit Prozent. Das heißt, dieser Sensor liefert uns eine Zahl als Zustand. Suchen wir jetzt eine Möglichkeit, diesen Sensor als Binary Sensor einzubinden, also als einen Sensor, der eben nur zwischen An- und Aus unterscheiden kann, dann wäre hier ein Template Binary Sensor eine gute Wahl. Und wie dieser aussehen könnte, das schauen wir uns jetzt einmal an. Wir gehen dazu noch mal auf die ESP Home Startseite und suchen jetzt hier mal nach Binary Template Sensor. Und wenn wir ein Stückchen runterscrollen, finden wir hier einen Template Binary Sensor. Den wählen wir aus und dann sehen wir hier einen Beispielcode und können hier oben auch noch mal lesen, dass uns der Template Binary Sensor ermöglicht, beliebige Lambda Templates, wie wir sie auch von Home Assistant kennen, als Binary Sensor im ESP Home zu definieren. An dieser Stelle setze ich ein gewisses Grundverständnis für Lambda einfach mal voraus, da Lambda wohl ansonsten eine eigene Tutorial-Serie erfordern würde. Ich beschränke mich jetzt in meinen Erklärungen auf die im Beispiel verwendeten Befehle. Schauen wir uns dieses Beispiel hier einmal kurz an. Als Integration haben wir wieder Binary Sensor, also die gleiche Integration wie auch schon im Teil 6 der Tutorial-Serie. Als Plattform nutzen wir hier aber diesmal dann nicht GPIO, sondern eben Template. Auch dieser Binary Sensor erfordert wieder die Angabe eines Namens. Und um zu definieren, welchen Zustand uns dieser Binär Sensor zurückgeben soll, müssen wir jetzt ein Lambda definieren. Das schauen wir uns einmal kurz an. Wir haben hier einmal eine IF-Bedingung, also eine ganz normale Prüfung, die in diesem Fall den Status eines Ultraschall-Sensors überprüft und wenn dieser Status größer als 30 ist, dann liefert unser Binär Sensor TRUE zurück und ansonsten FALSE. Denn TRUE und FALSE, wie wir uns erinnern, sind die einzigen beiden Zustände, die ein Binär Sensor haben kann. Also müssen wir uns in der Regel nur noch überlegen, welche Bedingung benötigen wir hier in dieser IF-Abfrage, passen diese entsprechend an unsere Bedürfnisse an und können ansonsten dieses Template einfach übernehmen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal an einem konkreten Beispiel. Ich kopiere mir jetzt einfach mal hier den Beispielcode für diesen Template Binary Sensor. Wir wechseln wieder ins ESP Home und erweitern jetzt mal unseren Analog Sensor Test. Denn hier haben wir schon einen normalen Sensor, der uns eben entsprechend Zahlenwerte als Zustand liefert und darunter fügen wir jetzt diesen Beispielcode einmal ein. Als Name wähle ich jetzt hier einfach mal Büro hell und jetzt sehen wir hier haben wir ein rotes X und er meckert, dass er die ID Ultrasonic Sensor 1 nicht finden kann. Ich speichere das mal eben kurz, öffne nochmal die ESP Home Seite und lade nochmal die Dokumentation vom Analog to Digital Sensor. Denn bisher in den vorangegangenen Folgen habe ich den Punkt ID bei den Attributen bewusst immer übersprungen. Im heutigen Beispiel brauchen wir genau diese ID. Denn über diese ID sorgen wir dafür, dass eben der entsprechende Eintrag, also hier zum Beispiel unser ADC Sensor, über eben diese ID für unseren Code ansprechbar gemacht wird. Also erweitern wir jetzt als allererstes einmal unseren ADC Sensor um solch eine ID. Dazu schreiben wir hier ID Doppelpunkt und nennen ihn mal ADC Light. Das speichere ich mal direkt wieder. Und durch diesen Eintrag haben wir jetzt für unseren Sensor eine eindeutige Kennung erstellt. Und somit können wir mit ID Klammer auf ADC unterstrich Light Klammer zu, auf eben diesen hier oben definierten Sensor zugreifen. Die Kommentare schmeiße ich jetzt hier auch mal eben raus. Und was übrig bleibt, ist dann eigentlich nur noch unser Sensor. Von unserem hier oben definierten Sensor holen wir uns den Status, also den Wert, den unser Sensor in dem Moment zurückliefert. Und diesen Statuswert, den vergleichen wir mit in dem Fall 30. Ich würde sagen, wir sagen jetzt hier an der Stelle mal 70. Denn wir erinnern uns, der Sensor liefert einen Wert zwischen 0 und 100. Und im letzten Video, wo wir diesen Sensor getestet haben, da lag der Wert, wenn das Licht eingeschaltet war, immer so um die 80. Und wenn das Licht ausgeschaltet war, lag er damals so um die 70. Wir haben es jetzt gerade etwas dunkler. Von daher würde ich schätzen, wir liegen so im 60er-Bereich. Insofern müsste 70 ein guter Grenzwert sein. Das heißt, wir prüfen jetzt also konkret an dieser Stelle, liefert unser Sensor uns einen Wert größer 70. Dann liefert der Sensor True, also im Home Assistant, den Zustand On. Und in allen anderen Fällen, also mit einem Sensorwert kleiner 70, liefert uns dieser Sensor False, also im Home Assistant Off. Das speichere ich jetzt nochmal und wir installieren diesen Code jetzt einmal wireless auf unseren D1 Mini. Der Upload-Vorgang war erfolgreich, also beende ich das Ganze hier mit Stop. Den Sensor hatten wir ja schon als Integration hinzugefügt, also gehe ich jetzt einfach mal in die Übersicht, auf den Reiter Test, sage jetzt hier Benutzeroberfläche konfigurieren und wir fügen mal eine neue Karte hinzu. Ich wähle jetzt hier einfach nochmal Entität und wir suchen jetzt hier nach Büro und hier müssten wir jetzt einen Binärsensor haben. Da haben wir ihn auch schon, Bürohell. Diesen wähle ich aus und sage Speichern. Und jetzt sehen wir hier, wir haben einen aktuellen Helligkeitswert von 42, lage ich also noch leicht daneben, sind also noch weit unter den 70. 70 müsste insofern aber trotzdem ganz gut passen. Ich würde sagen, wir schalten jetzt mal das Bürolicht ein und wir sehen, der Helligkeitswert wechselt auf über 70 und Bürohell wechselt auf an. Wenn ich jetzt das Bürolicht wieder ausschalte, sollte unser Helligkeitswert auch in spätestens 10 Sekunden, denn wir haben ein Aktualisierungsintervall von 10 Sekunden wieder unter die 70 fallen und im gleichen Moment wechselt auch unser Bürohellsensor wieder auf aus. Wenn wir jetzt nochmal in die Entwicklerwerkzeuge schauen und hier nochmal unseren Bürohellsensor aufrufen, dann sehen wir jetzt auch hier, dieser liefert uns den Zustand off und wenn ich jetzt das Licht wieder einschalte, dann erhalten wir hier auch wieder den Zustand on. Natürlich können wir bei unserem Template Binary Sensor auch wie immer alle unter Binary Sensor zur Verfügung stehenden Attribute verwenden, wie zum Beispiel auch die Device Class, haben wir gerade gesehen, da war in dem Fall noch keine angegeben. Das können wir der Vollständigkeit halber ja jetzt an der Stelle auch noch eben machen. Wir schauen, welche Device Class passt für uns. In dem Fall wäre es, würde ich sagen, Light. Wechseln also noch einmal nach ESPHome, sagen hier Edit und fügen jetzt hier bündig unter den Attributen unseres Sensors den Punkt Device unterstrich Class ein und sagen jetzt hier hinter Light. Wir wählen nochmal Installieren und gehen anschließend noch einmal in die Übersicht auf den Reiter Test und jetzt sehen wir, haben wir hier oben auch nicht mehr nur den Kreis, sondern eben das Icon für Lichtsensoren und er sagt uns auch nicht mehr an oder aus, sondern dadurch, dass wir jetzt die passende Device Class angegeben haben, sagt uns der Sensor jetzt hier im Home Assistant auch Licht erkannt, beziehungsweise wenn ich jetzt das Licht wieder ausschalte, dann meldet der Sensor kein Licht. Ja, soviel erstmal zu Template Binary Sensoren in ESPHome. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder kommt gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Auf unserem Discord werden täglich viele interessante Themen rund ums Thema Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESPHome diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Würde mich freuen, den ein oder anderen dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, den Kanal und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns direkt morgen in Teil 10 wiedersehen, denn da schauen wir uns einmal an, wie wir Switches, also Schalter, in ESPHome einbinden können und wie wir direkt Automatisierungen an diese Switches oder auch andere Geräte im ESPHome koppeln können. Bis dahin verabschiede ich mich und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!